Hallo, mein Name ist Ingrid Kühne und ich darf heute Abend hier mein Solo spielen. Ich würde auch gerne der Stadt Attendorn zum 800-Jährigen bestehen, Stadtjubiläum gratulieren. Schade ist natürlich, dass keine Gründungsväter mehr da sind, aber ist egal. Hier sind genug Attendorner und Umgebung und ganz bestimmt auch ganz viele Touristen, die gerne mitfeiern. Viel Spaß dabei!